Ein herzliches Herzlich Willkommen zu einem Verbald, das bei Killzone Shadowfall. Ich bin das MC Muffix und wir starten jetzt hier, so wie es aussieht, richtig mit dem Finale durch. Wir sind hier am letzten Kapitel, denke ich jetzt einfach mal. Und sind hier gerade dabei, hier eine Armada von Helgas zu stoppen. Helga, ne, ich sag's einfach gerne. So, jetzt schauen wir erstmal. Hasta bon, friendos! So, und ja, was ist beim letzten Mal geschehen? Äh, eigentlich wär's, wartet mal. Ich hab ja doch eigentlich so, ja die Thermaldete, die Sprengminen, die hätte ich eigentlich super mitnehmen können. Wieso hab ich die nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Nun gut, Leute, was ist hier los? Äh, wir, wir wollen hier, ähm, na, da sind sie doch. Guck mal her. Wir wollen hier, äh, gerade den, äh, den nächsten Weltkrieg verändern, ja. Halt, ich schmeiß die immer so schlecht, ich weiß. So, ich schmeiß da jetzt aber mal ein paar. Mehr hab ich nicht? Sehr gut. Äh, wir wollen hier, wie gesagt, verhindern, dass, äh, die Eskalation zwischen den Helgas und den Menschen ja weiter ausschreitet. Ich schmeiß jetzt auch mal da weg. Ja, ich mach doch. Mach die genauer verschwinden. Schade. Okay, so, ich komm jetzt her, ich dachte, ich kann jetzt so unbegrenzt, keine Atten schmeißen. Ah! Hast du mal, Jungs, Amelos? Kommt alle her. So. Jetzt schützt mich mal, Drohne. So. Kommst her. Ich bin ready. Ähm, wie gesagt, die Helgas haben hier die Massenvernichtungswaffe aufgestellt, mit deren sie hier die Menschheit auslöschen können. Ball einfach mal ein bisschen Drohne. Und, ähm, wir wollen das verhindern, dass diese Waffe einsatzbereit gemacht wird. Stahl und Lady Vizade sind ebenfalls hier auf Helgas. Oder auf das, was hier zumindest noch übrig ist von dem Planeten. Und wir wollen, ja, nun diese Eskalation hier verhindern. Hallo? Hab dich gar nicht gesehen, Mann. Muss nur unbedingt aufpassen, dass keiner... Von den Schildtypen da. Daher reinkommt. Diese, um im engen Bereich zu bekämpfen, könnten besser Mardi werden. Aber ich bleib hier ganz entspannt, Mann. Oh! Komm mal rein! Hiiii! Äh, mir geht's gut, aber... Mich nervt das ein bisschen mit diesen blöden Ballen. Nein, nein, nein. So, jetzt schmeiß ich da nochmal eine hin. Und da. Die da oben kann von mir... Ist ja doof, dass man da echt nur zweimal schmeißen kann. So, und jetzt, äh, wenn ich meine Minigar wieder nehmen darf, meine Minigar ist verschwunden, oder? Superschön! Was kannst du? Was kannst du? Komm! Alter, das hat nicht gelangt, Mann. Glaub's ja nicht. Alter! Misser ihn doch! So. Jetzt sterben wir trotzdem. Ich hab' nur nicht gesehen, Mann! Bin so blind! Tja, aber die droppen, Mann, alle gut da drehen. Oh, Junge, so Mädels, Mann. Wollt's mir aber auch keine Ruhe lassen. So, ähm... Super, und die können ja natürlich jetzt da gar nicht mehr hochkommen. Irgendwie hab' ich das Gefühl, das ist verschwendete Lebensmühle, Mann. Verdammt, ich bin fast fertig. Halten Sie sie noch etwas länger in Schaf. Ich stell' mich jetzt da oben hin. Ihr könnt's mir doch... Ich bleib' hier oben. Warte, was ist denn hier? Kann ich das zumachen? Oh, ich glaub' ich kann hier einfach oben bleiben. Ja, gut, die Roboter, das machen wir jetzt keine so großen Probleme. Alter, das ist so hässlich, Mann. So hässlich ist das Spiel. So! So hässlich ist das Spiel, Mann. Die Welt wird aufgeladen. Ja, ich hab' ja hier keine Eile, Mann. Ah, die Glocke geht ein! Aber ich brauch' mein Herz noch zum Leben. Naja, nicht so wichtig, so. Ich chill' mich jetzt erstmal hier oben wieder hin, Mann. Boah! Wo kommst du denn hier? Bist du euch auch ein Hellgast? Ne, du bist der Echo. Okay. Ich will jetzt jetzt sagen, ich sah gerade gleich aus, aber... Hier ist jetzt... Na, komm. Hallo? Das ist alles schön, mein Sturmfeuer, danke. Na ja, na ja, Mann. Ach, der Scan, Mann, der ist so nice, Mann. Aber ohne den, Mann, da wäre das Spiel so unglaublich schwer, Mann. Weil man einfach so wenig wirklich Ding abwechseln hat. Jetzt hab' ich ja so was für den Zug gemacht, jetzt wollt' ich ja wieder aufmachen. Ich höre, lassen Sie sich als mein Mörder feiern. Ich hoffe, Sie genießen es. Schild ist oben! Wieso kann der sich eigentlich warpen? Und wieso kann ich das nicht? Das meine Biss... Was ist denn hier los, Mann? Ich glaube, Sie mögen sie. Alter! Was ist denn hier los? Ja, gut. Ja, klar. Ich komm' da nicht mehr rein. Es ist so klar. Es ist so hart, klar. Ja, Spiel! Äh, die, 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 die dumme Ekoman. Alter, sie ist drinnen. Sie ist hinter mir. Keine Granate trifft sie. Dann werde ich vom Granatenfeuer getötet? Die ist doch gerade explodiert. Was machst du eigentlich, Mann? Außer... Schicken Sie mir alles, was wir haben! Schicken Sie es oben! Ich hab' mal so geil... Ja, und jetzt bin ich in der Sackgasse! Komm schon, Spiel, sei nicht so hässlich, Mann! Ich seh' nix, Mann! Wo sind diese Drecks... Ja, eine Sekunde werden sie mir angezeigt. Penner! Das war jetzt aber auch dringend nötig. Die Granate hier zu schmeißen. Man muss... Programmiert ihr Blut, sozusagen. Ja. Das ist so geil, Mann! Alter, Mann! Die spawnen den einfach vor mir, Mann! Was soll ich machen? Okay, ich geh' mehr da nach vorne. Spawnen einfach Dinger, die in die Luft liegen. Ist klar, ist fair. Kann ich viel dagegen machen. Das ist wie so hart, fair, einfach. Ich seh' ihn gelangt! Schau' ich an, Mann! Da kommen einfach Sachen und explodieren, Mann! Aber die kommen einfach aus nirgendwo! Du scheiß Drohne, greif ihn halt im Mund! Mach halt irgendwas, Drohne! Du klein biester, was? Cool, geschmissen Drohne. Ja, ich merk, wie er fast erledigt ist. Deswegen bin ich ja tot, weil er fast erledigt ist. Aber könnte natürlich auch daran liegen, dass meine hirnamputierte Partnerin... Leute, wisst ihr was? Ich lösche die Hellgas aus, Mann. Wenn ich die Wahl irgendwie bekomme, dann spiele ich die Hellgas aus. Wenn ich mir anschaue, Mann, dass diese dumme Kuh... ...der das komplett wurscht ist, dass ich hier beballert werde von Gott und der Welt... Alter, dann wobbt er sich einfach immer so malig... Na, mir geht's gut. Alter, der schmeißt die einfach als Granate. Aber jetzt ist er tot, oder? Brrrr! Marika Veit. Ach, jetzt kommt sie! Und Verräter! Aufwachen! Die Raffe! Die Fantasie... ...endet hier. Für euch alle! Diese Invasion kostet euch alles! Sie erleben das nicht. Sir, bitte melden. Ende. Ja, ich höre dich. Bitte. Wir müssen umkehren. Wir haben keine Chance. Zu spät. Ist sie noch bei dir? Das heißt dann wohl, ja. Du hast den Blick für das Wesentliche verloren. Das habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Stahl hat die Waffe. Jetzt kann ich ihn aufhalten. Du läufst in eine Falle! Die Würfe sind gefallen. Sir! Schade. Wenn wir Stahl finden, endet das hier. Stahl ist unsere einzige Chance, es aufzuhalten. Kommen Sie. Wir nehmen eins Ihrer Schiffe. Wir. Siehst. Ich kriege echt einen Hass auf sie, Mann. Siehst. Ich fight da gegen den Typen, Mann. Und sie stellt dies irgendwo und dann, bam, knall ihn ab. Ich bin die harte Braut, Mann, die das macht, Mann. Ja. Das sind immer noch Gegner. Ihr. Langt's. Jetzt habe ich auch noch mit meiner besten Waffen wenig Munition. Und ich finde keine Munikiste. Dankeschön. Hier ist alles so gut, Mann. Was ist eigentlich das? Ah. Hätte man hier einsetzen können wahrscheinlich. Munikiste. Bitte. Sei hier irgendwo noch. Oder ist jetzt hier ganz... Aha. Auf einmal kann er hier wieder aufgehen. Ah. Dann geht er dir hier auf. Leute, Mann. Aber das ist mir jetzt Wurst, Mann. Ich werde jetzt diese Waffen benutzen und jeden einzelnen Hänkers auslöschen. Na, ich weiß nicht. Nicht alle sind böse. Aber viele. Und sie ist blöd. Ähm. Aber das gibt immer nur nicht den Grund hier für ein Massen-Suizid, Mann. Und ich würde sagen, Leute. Bevor wir jetzt hier wahrscheinlich zum finalen Schlacht aufrücken, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal dem Finale von Killzone Shadowfall widmen. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und wir sehen. Ciao. Ciao.